Auch gut. Gott, warum leckt das denn jetzt immer so das Spiel? Irgendein Fraps. Oh, jetzt hat er mir die Tabletten weggeschnappt. Braucht ihr ja wohl dringender als du. Ich brauchst doch nur ein Heilungskid, Mann. Weil du das mal gesehen hast. Ja, hab ich nicht. Doch. Wir sehen, Mann. Du hast doch da ein Heilungskid. Ja, jetzt ist es weg. Fehl genommen, ey. Ist das eine Verschwendung. Was ich lange wollte. So eine Verschwendung hier und das bei der Apokalypse. Ich müsste jetzt, äh... Ja. Ja, klar, dass du bei dir das liebst, Alter. Mann, dabei trägt er noch nicht mal ein Güter. Und meine Uhr hab ich abgelegt. Du hast eine Waffe in der Hand. Magst du was? Ach, Quatsch. Okay, jetzt heißt das Augen zu und durch hier, würde ich sagen. Vorliebe Augen auf, damit du durchkommst. Ich hab doch keine Zermis mehr können. Ein Charger. Wer hätte das nicht gehört, wieder mal Francis. Oh, muss ich nachladen, Alter. Oh Gott. Boah, den Nahkopf, der wird jetzt hier... ...globe Jans enge Kiste hier. Alter, nimm mir die nicht weg. Wie sind die denn eingelaufen? Penner. Alter. Krass. Wir werden ja alle schon zu dir, weil du mal jetzt vorne bist. Und irgendwie den der eigene nehmen. Mal sehen. Hau mal ab. Alles meine. Hau mal ab. Es läuft der Schutz rum. Ey, Francis braucht Hilfe. Mach's ruhig schon. Auf welchen Seite stehst du eigentlich? So, das waren alle. Mit deiner Arsch. Es ist schön, dass du mich jetzt hier alleine lässt. Finde ich sehr gut. Du willst schon mal nur heilen. Wohne das Überdingens nehmen... Ich bin fertig! So! Boah, schon wieder Gold da in allgemeiner Abwehr! Ein einziger mehr! Entschuldigt! Oh dear! Zweimal Bombs genug für mich jetzt hier, das ist ja ne schwache Ausbeute! Geht noch weiter? War noch nicht alles, Nahkämpfer bin ich bestimmt auch bei Gold! Witchjäger bin ich wenigstens Silber! Wer ist denn der Witchjäger Ecke? Nee, Zoe! Du hast wieder Bronze und Nahkämpfer bin ich auch! Wie viel war da, die mal zurück stand? Für mich? Das willst du wissen, oder? Wahrscheinlich hast du noch nicht immer gewonnen! Aber wir werden ja nachher in der Endauswertung, die können wir uns jetzt mal ganz angucken! Da werden wir ja alles zusammenfassen und dann die bessere Leistung auschecken! Ich würde sagen, die Nahkämpfer vorige Runde war wohl fast ein Unentschieden, weil ich hab das nicht gesehen! Achso! Scheiße! Das ist aber auch knapp, wobei ich glaube, dass du vielleicht mehr hattest! Ja, hättest du mir nicht alle geklaut! Ja, du hast auch trotzdem mehr bekommen, die Gitarre ist irgendwie ne... Schalt mal drauf! Schalt live drauf! Schnell! Oh nein! Genau, jetzt legts! Pass auf! Sid hat aber bestimmt nen Zombie geflogen, ey! Heiliger Bimbam, ey! Heiliger Bimbam Bino saig dazu nur, ey! Sid ein Bimbam Bino hier! Der hat schon so nützlang nicht mehr gespielt, ey! We left for the 1 Mission! Erste Hilfe! Gott, die Grouped gibt's jetzt mehr, mäßige Action hier! So! Gott Hilfe! Machst du dir Francis? Kommt man hier wieder hoch? Ah! Jetzt kannst du ja mal ins DMG gehen! Du brauchst ne DMG! Du brauchst ne DMG! Du brauchst ne DMG! Du brauchst ne DMG! Wann, hier ist doch eins! Ah! Dann geh mal aufm Funkruf ran! Du brauchst ne DMG! Du brauchst ne DMG! Du brauchst ne DMG! Du brauchst ne DMG! Naja, passt schon, wir sind beraffnet! Es steht da kurioserweise ein DMG rum! Du brauchst ne DMG! Du brauchst ne DMG! Hilfe! Hilfe na! Verteidig euch! Na wann ist die Hilfe da? In 10 Minuten wahrscheinlich! Das kann jedenfalls ne weiter dauern! Das kann doch noch besser dauern! Das können bestimmt wieder alle von hinten oder so! erwischt ist auch schon tot du machst das schon ja wird schon irgendwie ich muss nur auf hinter mich achten so das ist mal locker leichter brennt irgendwie oh das war jetzt knapp wer Charger ist von der Seite gekommen der hat uns alle mitgenommen das wäre mal ein Bild für die Götter gewesen ja ja ich komm hier echt wenig sogar ich weiß nicht da wo ich hingucke finde ich jedenfalls das war ein leeren lasches Finale bis jetzt aus jetzt kommen noch 500.000 Tanks knappe Sache ey der wäre fast auf mich raufgesprungen die klaut ich glaube da kommt ein Tank nein wo ist der Tank keine Ahnung da ist irgendwo Boomer Kotze ja Boomer Kotze da ist er komm schon ich will den Tops umgefordern wie vorbeiläuft verdammt wow fuck vernichtet du bist du meinst im Geo oder soll ich jetzt den Schluss auch machen deine Wahl okay da wird so eine Antwort oh man ich komm hier zu nischt ich muss auch in der allgemeinen Abwehr insgesamt vorne liegen nein oh ey wird mir mal echt spät ey danke Alter ich kann hier mal schnell die Zeit hab hab ich aber also ich würd mal sagen ich hab eh schon hier noch Gold gehabt also oh man ey Kessling hat einen Schocki ey komm ich los zu wart hier so jetzt kann ich mal in Ruhe endlich auf der Hälfte oh da rinnt er durchs Feuer ich fanzer drück ich fanzer drück ich fanzer drück ja ja höll doch nicht rum da rechts da rechts so und sie komm mal wirklich ah da ach man vor allem ich werd immer ganz kurz gezogen und so irgendwie ist echt wenig los ey außerhalb ich ständig irgendwie von Smokern oder so gezogen werde Oder in einer Säure irgendwie mich hinlegen und mal kurz schlafe. Danke. Wo ist er? Jetzt kommen wir wieder irgendwo hinter uns. Äh, vor uns. Ja, kommt wieder von da. Ich werde gleich vorher getroffen. Säger. Tja. Oh, wie hat sie geschafft. Glück gehabt, bevor du mich abgeworfen, wo alle mit den Steine haben wir das irgendwie nicht gekriegt. Warum nie denn? Ah, los, jetzt fertig. Warum? Was denn? Oh, ich dachte, jetzt spinn ich hier rum schon wieder. Mach auf die Scheiße, den Spaß, die. Ja, lass dir Zeit. Du wixer machin. Wenn wir so, dass wir nach Zomir abokalde zu sein, auch schon. Komm, renn. Jetzt ist nichts weiter hier. Jans logger da. Flug zur Hölle. Und wir haben ihn vor uns. Ihr schafft. Darin sind noch verzweifelt hinter uns her. Aber wir sagen Bye-Bye Flughafen. Und jetzt, hier sind die Winnerinnen der Medaillen. Dann schauen wir uns das nochmal an hier. Ja, die Überlebenden konnten alle fliehen. Alles mein Verdienst, danke. Ja, ja. So, gucken wir uns das jetzt mal an hier. Jetzt wird es ja hier spannend. In der Endauswertung. Ja, das Turnier hat 6,5 Minuten gedauert. Bei der Republik Todesfälle haben alle Gold. Außer Gefecht dreimal. Ah, da bist du ohne Medaille. Aber ob man für Verbandszeug wirklich Gold nimmt, wenn man da mehr hat. Ich glaube, ihr darfst nicht verkehrt rum. Ja. Das haben auch die Rohrbomben. Ja, gut. Defi, Rohrbomben. Ja, das ist alles so. Ja, die Nahkampf geht's. Mit Silber und 40 Punkte Abstand ist er ganz vorne. Und bei Hunter und Boomer. Ne, drei Silber. Sproger wie Gold. Charger wie Gold. Sproger, Silber. Charger, Bronze. Jokers, Gold. Oh, da habe ich gar nichts, ey. Ist ja krass. Und gewöhnlich Infizierte habe ich Silber. Am wenigsten Schaden erlitten. Da bin ich Bronze und da hast du ziemlich viel bekommen, muss man das schon mal zugeben. Und du hast vielmal die Witch gestört. Verdammt nochmal, das hast du getan. Ja. Kopfschüsse. Oh. Prozentsatz. Gold. Klare Gewinner. Gott. Gerne 6%. Der klare Gewinner. Dankeschön. 1615 Zombies. Wat ein Turnier hier live vom Left4Dead Studio. Stadium. Airport. Lobby und so weiter. Ja. Und das war jetzt unser vorletztes Let's Play zu Left4Dead 2. Das nächste Mal wird das letzte sein. Danach kommt eine Überraschung. Macht euch auf die das letzte Mal Zombie-Geschnetzel bereit. Ne. Bis dann. Euer Ren Cody. Und. Nachfolger Neuze. Ich sage ebenfalls. Tschüss.